Der letzte Punkt in unserer Trias-Politics-Policy ist die Policy-Dimension. Es geht hier um die Politikfelder, die in der vergleichenden Politikwissenschaft betrachtet werden, also sowas wie Umweltpolitik, Sozialpolitik, Außenpolitik, Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik. Und die Policy-Forschung ist hier vor allem an Inhalten orientiert. Wir nennen das die sogenannte Politikfeldanalyse. Politikfeldanalyse betrachtet eben einzelne Felder, natürlich auch im interdependenten Zusammenhang zu anderen Politikfeldern, teilt normalerweise ein in drei Phasen. Die erste Phase wäre die Definitionsphase, wo es um die nähere Bestimmung eines Politikfeldes geht. Die zweite Phase wäre die Konzeptualisierungsphase, wo es um den Entwurf politischer Programme geht. Und die dritte ist die Implementationsphase, wo es durchaus auch um Evaluation geht, also nicht nur um die Einführung des Politikfeldes, sondern auch um Evaluation. Wir unterscheiden weiter in der Policy-Forschung zwischen Output, also verschiedene Programme und Strategien, und Outcome, also das, was letztendlich herauskommt in der Policy-Forschung. Und da ist eben auch wichtig, dass man bestimmte Rahmenbedingungen betrachtet. Vergleicht man beispielsweise Japan mit der Bundesrepublik Deutschland, dann wissen wir von Japan, dass die Rahmenbedingungen dieses Inselstaates, der überwiegend aus Wald und Bergen besteht, ganz andere Voraussetzungen mit sich bringt, als im Fall der Bundesrepublik Deutschland. So ist es so, dass eben die Insellage Japan schon sehr früh gezwungen hat, Handel zu betreiben mit anderen Staaten. Ressourcenarmut ist ein weiterer Punkt, der dazu führt, geografische Lage, Wirtschaftsentwicklung. Bestimmte Krisen sind also die Rahmenbedingungen, die in der vergleichenden Politikwissenschaft eine große Rolle spielen. Empirische Studien beziehen sich auf Finanzpolitik, Lohnpolitik, Sozialpolitik, Bankenpolitik, Politik im Wohlfahrtsstaat und so weiter. Neuere Studien interessieren sich für Politik im Mehr-Ebenen-System. Mehr-Ebenen-System heißt, dass wir zunehmend Politikfelder betrachten im Zusammenspiel der Europäischen Union, weil eben so etwas wie Sozialpolitik, Innenpolitik, Außenpolitik durchaus auch im Rahmen der Europäischen Union betrachtet wird. Wir sprechen hier von Interdependenz. Interdependenz definiert als wechselseitige Abhängigkeit die Kosten verursacht. Und das führt uns zu einem wichtigen Punkt, der zunehmend eine Rolle spielt in der Policy-Forschung. Das ist der Faktor Globalisierung. Globalisierung verstanden als ein von Wirtschaft und Technik angetriebener Prozess der Denationalisierung, der zum Teil massive Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Kultur eines Landes hat. Und dann stehen solche Fragen im Vordergrund, auch in der Policy-Forschung, wie wird der Staat durch Globalisierung geschwächt? Führt Globalisierung zu kultureller Abgrenzung, zu Assimilation? Konvergiert nationale Wirtschaftspolitik unter dem Wettbewerbsdruck der Globalisierung oder divergiert sie? Wer gehört zu den Globalisierungsgewinnern? Wer zu den Globalisierungsverlierern? Wie reagieren bestimmte Politikfelder auf Globalisierung? Und wie begegnen eben zentrale Akteure auch den Auswirkungen der Globalisierung? Eine wichtige Frage, die in der Policy-Forschung zunehmend eine Rolle spielt. Untertitelung ist mir. Untertitelung des ZDF, 2020